Mein Name ist Micky Wiesel und das sind meine ermutigenden Geschichten. Wieselregen fällt, die Straßen sind verlassen, Hunde schütteln sich. Das, mein Lieber, war Haiku, das ist viel besser als Zehn. Ach und weil es so schön war, noch ein Haiku-Gedicht. Butterblumen gelb, Blinzeln zwischen grünem Gras. Sommersprossenzeit Glaube bedeutet für mich, eine Freundschaftsbeziehung mit Gott zu haben. Mein Lebensziel empfinde ich als ein Transportieren dieser guten und frohmachenden Botschaft. Dass eine Beziehung zu Gott nicht schwer ist, dass Gott existiert und dass er ihr Freund sein will. Geben Untertitelung des ZDF, 2020